Du hast nämlich letztens in einem Interview gesagt, dass bei diesem Goldrauf nichts nach Plan gelaufen ist. Ja, genau. Natürlich ist alles schiefgelaufen. Ihr habt ja geprobt vorher und so. Kurzfristig musst du das ganze Ding planen. Ein paar Wochen hatten wir nur Zeit, weil ihr relativ einen sechsstelligen Betrag wieder reinholen musst von der anderen Geschichte. Und dann habt ihr das geprobt, gemacht, getan. Ihr habt euch das Steuerfahndung ausgegeben und euch das Polizisten. Ihr habt alles durchgeprobt und dann habt ihr es gemacht, aber dann ist nichts nach Plan gelaufen. Warum? Ich weiß es nicht. Alles ist schiefgelaufen. So echt alles ist einfach schiefgelaufen. Aber am Ende hat ihr das Gold. Ja, es hat geklappt irgendwie, aber trotzdem so. Es ist irgendwie echt alles von unten bis oben, alles wirklich tatsächlich schiefgelaufen. Aber Gott sei Dank hat es irgendwie geklappt. Irgendwie, ja, so die Kontrolle. Also zum Beispiel, das war ja eh das Krasseste. Während der Kontrolle ist wirklich noch eine Polizeistreife gekommen. ein Sixpack, die uns dann angesprochen haben, ob die uns helfen können. Das war einfach schon der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt pack deine Beine und lauf weg. Und der Giva das irgendwie doch noch geklärt hat, mit denen zu klären, dass sie einfach weiterfahren können und alles läuft gut. Und die sind dann tatsächlich weitergefahren. Auch noch auf Kölsch, gell? Ja, ja, richtig. Genau, das war ja auch so das größte Problem. Und das allergrößte Problem ist, dass der Beifahrer von dem Goldtransporter hier auch ein Polizist war. Und der dann direkt anfängt, ey, Kollegen, Herr Kollegen, was ist denn los? Wo ist das Problem? Und der Giva hat es dann auch wiederum geklärt. Wieder auf seine kölsche Sprache. Nee, nee, Junge, alles gut. Hat er das geklärt und hat die erst mal festgenommen. Und hat das echt geregelt und geklärt einfach. Das verstehe ich bis heute nicht. Also das muss ich mir vorstellen. Ihr habt quasi diese Sache geplant. Dann wolltet ihr das Ding, dann merkt ihr, okay, da ist quasi selber ein Polizist in diesem Wagen. Ja, deswegen. Und dann verhaftet ihr diesen Polizisten noch. Das lief ja nicht nach Plan. Das haben wir ja nicht geplant und geprobt. Wie kann man das proben? So einfach einen Polizeibeamten festzunehmen. Digga, wir haben denen einfach Handschellen gegeben. So, ab rein in den Wagen da hinten. Und die haben den dann im Wald rausgelassen. Scheiße, Entschuldigung. Am Ende war das auch das, was euch ein bisschen, nicht das Genick gebrochen hat, aber was eine der schlimmeren Sachen war, oder? Ja, weil das ja auch Freiheitsberäubung war. Und das war dann halt so auch nicht Straftat. Und ansonsten, wenn es nach mir ging, natürlich für den Richter, für die Polizeibeamten, das ist ein schwerer Raub. Aber ich bitte dich, wo ist da ein schwerer Raub? Es ist für mich einfach ein purer Trickdiebstahl. Mehr nicht. Das war ja vor Gericht irgendwie ein Jahr lang, wurde nur darüber debattiert oder diskutiert, was das jetzt gesetzlich wirklich ist, weil die wollten daraus einen Raub machen, damit die uns eine höhere Strafe geben können. Aber heute kann ich ja frei darüber reden. Das war eigentlich ein Trickdiebstahl so, weil ich sage, hey, ich bin das und ich bin weg. Und es gab dann so den Fall, der wurde auch vor Gericht diskutiert, da hatten Leute bei irgendeiner Fernsehshow sich als Polizisten verkleidet und getestet, ob das funktioniert, Leute anzuhalten und denen 30 Euro Strafe abzunehmen. Das war eigentlich so dieses Thema. Aber die haben es irgendwie geschafft, die Stuttgarter Justiz hat es irgendwie geschafft, das dann so zu machen, dass es halt eine fette Sache wird. Mussten die auch, weil da war, glaube ich, zu viel Public drauf. So, weißt du? Aber alles gut, alles gut. Ich glaube auch, wenn die Headline gewesen wäre, der Khatar macht Trickdiebstahl. Ja, ja, sechs Monate so, Resef, ein paar Millionen. Das geht ja nicht. Wir sind ja geflüchtet von Moskau nach Irak, so. Also wir waren in Moskau, ne? Es gab diesen Goldraub damals, wir wurden gesucht, dann waren wir in Moskau so und in Moskau meinten die Behörden zu uns, ey, guck mal, die Deutschen wollen euch haben, aber wir liefern nicht aus, weil die Deutschen haben auch Gefangene, die wir haben wollen und die liefern auch nicht aus. Deswegen hatten wir da so Glück, weißt du, dass sie so einen kleinen Beef hatten. Und die meinten, alles cool, aber nur in dem Moment, wenn das in den Medien kommt, in Russland, dann können wir euch auch nicht mehr helfen. So, dann müsst ihr abhauen. Dann sagen wir euch da lang, weißt du? So, okay, alles cool. So, nächster Tag, ich bin mit Sami im Hotel. So, Sami, mein Homeboy, mein Sänger bei uns. Ich bin mit ihm im Hotel so und wir spielen so Billiard voll gelangweilt alle im Winter und auf einmal, da war so ein Riesenbildschirm, weißt du, wo die ganze Zeit irgendwie Fernsehsender lief, auf einmal sehe ich so meine Fresse da. Ich so, was, Alter? So, irgendwie, ja, Khatar wird gesucht und so. Also die deutschen Behörden waren so schlau, den Medien dort Bescheid zu sagen. So, ey, da ist so ein Rapper, der versteckt sich bei euch und der nutzt das aus, dass ihr nichts macht und so. Dann kommen die Behörden natürlich ins Hotel und sagen, ey, Jungs, ihr müsst abhauen. So, da waren dann so ein paar Leute aus Moskau auf jeden Fall, die ein bisschen was zu sagen hatten oder mächtiger waren und uns helfen konnten. Die meinten, ey, guck mal, wir brauchen ein Privatjet so und dann können wir vielleicht klären, weil wir waren ja Interpol eingetragen so, wir können vielleicht klären, dass ihr rüberkommt, so, dass ihr fliegen könnt nach Irak so. Wir haben einen Freund, der einfach starke Beziehungen hat in Moskau, die dann irgendwie das geklärt haben, dass wir tatsächlich von der Interpol-Liste für zwei Stunden gelöscht werden, damit wir das Land verlassen. Also wir können für euch die Interpol-Computer ausschalten, so, wenn ihr fliegt, das kostet was, aber für ihn können wir das nicht machen, weil aus Prinzip schützen wir keine Mörder. Deswegen kannst du und du problemlos fliegen, aber der, also zu mir, gibt's ein Problem. Den können wir nicht von der Liste löschen, weil der wegen Mord gesucht wird. Ich sag, was für ein Mord, Alter, nein. Sami, was ist mit dir, was hast du getan und so. Und der so, hey, bro, ich weiß nicht, warum die reden nicht, so, hey, was geht ab, Alter. Ich sag, doch, doch, du wirst wegen Mord gesucht, so, ne. Ich guck, Jiva und meinen anderen Kollegen, also Katar und meinen anderen. Ich sag, Leute, ihr kennt mich doch, ich hätt euch gesagt, wenn ich jemanden getötet hätte. Später kam heraus, das war eine Verwechslung, weil wir wussten, dass Sami auf jeden Fall kein Mörder ist, so, das ist ein Sonnenschein, der Junge. Und die sagen, nee, nee, doch, doch, du bist das, wir machen keine Fehler. Und da grinst du, das war selber eine, eine, weißt du, eine ganz große Nummer. Ich sag, nein, wirklich, das ist ein Fehler. Der sagt, nein, nein, hast du da und da eine Narbe? Ich musste selber gucken. Ich gucke. Ich sag, ja, tatsächlich, ich hab da eine Narbe. Sagt der, und hast du da und da auch eine Narbe? Ich so, ey, ich musste selber gucken, weil ich diese Narben irgendwie gar nicht in Erinnerung oder vergessen habe. Ich gucke, ich hab da auch eine Narbe. Ich sag, ey, ja, ich hab da eine Narbe. Sagt der, siehst du, wir machen keine Fehler. Das bist du. Du wirst gesucht, wegen Mord. Ich so, aber Leute, ey, das kann doch nicht sein. Nein. Sagt der, doch, doch. Aber es ist kein Problem, wir kriegen dich trotzdem nach Irak. Packt den Jungen in den Koffer, so. Einen großen Koffer und dann nimmt er einfach den Koffer mit in den Privatjet, so. Ich so, okay, und wenn der Pilot fragt, der so, ey, hier ist Moskau. Weißt du, was hier schon alles transportiert wurde in Privatjets, Alter? Der Pilot wird nichts fragen. Ich so, okay, the fuck. Fahren wir zum Flughafen, Alter, und die bringen uns so eine Tasche, Digga. Ja, so eine gebastelte, so mit Holz konstruiert, von innen mit so einem Holzrahmen und so, so eine Riesentasche und Sami so. Ey, Leute, echt jetzt, ich kann doch nicht einfach in die Tasche rein, ne? So von Moskau bis nach Irak, so, ne? Da sag ich, ja, ist kein Problem, wir können dir eine Spritze geben, ne? Dann gehst du K.O., schläfst ein, es gibt aber ein Problem, du kannst dir in die Hosen scheißen oder dich vollpissen. Das wäre halt so das Problem, was passieren kann. Oder du gehst nüchtern rein. Ich hab gesagt, ey, fuck, kann ich nicht einfach normal fliegen? Moment, ne, 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 das sind die zwei Bedingungen, die es gibt, so, ne? Hab ich gesagt, ja, okay, dann geh ich nüchtern rein. Dann bin ich einfach in die verdammte Tasche reingegangen. Und wir tragen den, Digga, in diesen Privatjet rein. Dieses Steward, der ist so, hey, welcome und so. Ich so, boah, Alter, was für ein Film. Wir legen den in diesen schmalen Gang, so ich und zwei andere Homeboys und einer von diesen russischen Behörden, der war mit uns, der hat uns begleitet dann nach Irak, so. Das war sein Job, dafür haben wir die bezahlt, so. Nicht Behörden, das waren halt Leute da, ich will hier keinen irgendwie. Aber auf jeden Fall, äh, dann sind wir von Moskau geflogen, erstmal nach Sochi und dort war dann die Interpol-Aktion, weil wir von dort das Land verlassen haben. Boah, das war sick, Digga, boah. Das klingt wie so ein Trailer auf so einem Film. Ja, Bro, ja, Bro, das war sick. Wir kommen da an auf jeden Fall und dann wurde da der Computer ausgeschaltet und dann kam die Polizei noch, hat reingeguckt ins Flugzeug und so, aber nicht in die Tasche und so, weißt du, war sehr, sehr spannender Scheiß. So, und dann sind wir mit dem Flugzeug losgefahren, als wir dann hochgeflogen. Und ich hab da keine Luft gekriegt, weil ich in diese, in diesen Fußweg, der ist ganz schmal und ich bin da irgendwie reingerutscht, dass ich gar keine Luft mehr gekriegt habe. Irgendwann war Sami so, ey, Bruder, so, ich liebe euch alle, aber ich sterbe, ich krieg keine Luft, mach mir den scheiß Koffer auf, so. Sonst, ich, ich bin klitschnass einfach und hab schon echt überlegt, einfach aus dieser verfluchten Tasche rauszugehen und mich einfach ergebe, so. Ich hatte gar keinen Bock mehr auf mein Leben. Und so die Stewardess, die muss ja die ganze Zeit da lang, weil da hinten ist dieser Schrank so mit den Getränken und so und wir sagen, hey, einen Whisky bitte, so. Und dann tritt die halt auf den, so, weißt du, so auswärtslich, so, oh, sorry. Und du hast nur so, ah. Ich so, okay, jetzt checken die, da ist der Mensch drin. Und die tritt in Bad, echt. Irgendwann mal so aus, keine Ahnung, so, hey, was ist los? Aus der Tasche raus. Ja, ja. Und die Stewardess guckt so, die Stewardess guckt so und die so, hey, alles gut, alles gut. Und ich so, boah, was sind das hier, was sehen die jeden Tag, dass das für die normal ist, so, weißt du? Und ich höre, wie die weglaufen. Die sind richtig weggelaufen. Ey, ich lache jetzt, ne? Aber es ist so absurd. Ja, deswegen. Ey, das war krass, Bruder. Die sind dann wieder in die Cockpit reingelaufen und ich dachte mir aber trotzdem in dem Moment so, ah, endlich von dieser Scheißlücke raus, ich kriege wieder ein bisschen Luft, so, ne? Und da die jetzt eh gecheckt haben, ich bin da drin, hab ich auch die Tasche ein bisschen aufgemacht, so, weißt du? Bis wir gelandet sind im Irak. Und im Irak übrigens musste ich ja wieder durch die Tasche raus, ne? Also in die Tasche. Und die Iraker, was sehen die? Die sehen dann halt ein Privatjet, da kommen zwei Männer mit so einer Riesentasche, was die zu zweit tragen und denken, ah, okay, da ist das Gold, weißt du? Und deswegen, ja, das war das Problem. Zwei Wochen später sind wir verhaftet worden und guck mal, wir sind immer mit Leibwächtern im Irak rausgegangen, ne? Also mit Armee, richtig, mit, ne? So Soldaten, Maschinengewehr und alles. Immer sind wir mit denen rausgegangen, weil der Vater von unserem Freund das immer angeordnet hat, so, ne? Die auch eine sehr hohe Position da haben im Lande. Und an diesen einen Tag sind wir ohne die rausgegangen. Und da wurden wir verhaftet. Ja, oder? Das Geheimdienst hat einfach die ganze Zeit darauf gewartet, so. Die waren einfach die ganze Zeit, haben die ganze Zeit seit Flughafen wahrscheinlich auch der Dingses gehabt? Ja, ne, ne, guck mal, wie krass. Die waren auch schon vorher bei dem Vater. Also bei, bei, vom Kollegen der Vater. Haben gesagt, bring die Jungs mal ins Revier. Wir wollen mit denen, wir wollen einfach nur ein bisschen mit denen quatschen. Aber der hat schon da gewusst, nein, nein. So, ihr geht nicht dahin, ihr bleibt doch da und geht nur mit Leibwächtern raus. Aber diesen einen dummen Fehlertag, den wir gemacht haben, wo wir ohne die rausgegangen sind. Und da haben die uns festgenommen. Und sogar bei der Festnahme haben die gesagt, ey, kommt mit, wir wollen mit euch einen Tee trinken. Ich gucke nach draußen, weil ich abhauen wollte. Ich gucke, da stehen so 30 Soldaten. Ich überlege von der anderen Seite irgendwie abzuhauen. Ich überlege, ey, wenn da 30 Soldaten sind, wie viele, das ist unmöglich so, ne? Und dann dachte ich, okay, es gibt keinen Ausweg mehr. Und ja, so haben die uns dann festgenommen. Und sogar auch im Auto. Ich sitze im Auto drin in der Mitte, links, rechts, neben mir Soldaten. Ich frage den, ey, warte mal, warum geht es denn hier? Auf einmal, puh, mit Maschinen, der haut da mir voll auf den Bauch so, ne? Ich habe da gecheckt, stimmt, du bist im Irak. Alter, fuck. Da gibt es nicht hier. Hallo, stopp. Meine Rechte. Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Nein, nein, nein. Da gibt es gar nichts. Der ist erst mal, wie der gesagt hat, Fresse halten. So, und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Ja, und dann bringt er mich da in diese Zelle, Bruder, im Irakischen Geheimen. Der schickt mich so fünf Etagen unter der Erde. Weißt du? Und da habe ich gecheckt. Ja, stimmt, Alter. Was geht denn hier ab? Der macht die Zelle auf, wie so eine Horrorfilm. Geht die Tür auf, puh, Licht geht an, weil es abends war. Das war so abends irgendwann mal zwei, drei Uhr so. Also nachts, morgens, beziehungsweise. Und der macht das Licht an, puh. Und ich sehe da so 45 Mann einfach so auf dem Boden am Sitzen. Die konnten nicht mal liegen, weil das so voll war. Also liegen kannst du nicht, weil das voll ist. Die sitzen da Rücken an Rücken. Und da habe ich so eine Paranoia gekriegt. Und ich denke mir, scheiße, okay, die haben dich. Es ist vorbei. Halas. Und da habe ich gecheckt, okay, Feierabend. Das war so, weil die ja gedacht haben, wir haben das Gold im Irak deponiert, versteckt. Wollten die ja natürlich unbedingt herausfinden, wo wir das versteckt haben. Und haben dann halt irgendwelche Methoden mit uns gemacht, um herauszufinden, wo das Gold ist. Natürlich wussten wir es ja nicht, weil wir nicht wissen, wo es ist. Und ja, die haben uns halt gefesselt. Und mich haben die dann wie so einen Boxsack hochgezogen. Haben mich von links, rechts, unten, oben geschlagen mit irgendwelchen Elektroschocks und so. Um herauszufinden, wo das Gold ist. Aber ja, schweigendes Gold. Und so war das dann. Also die Zeit im Irak war schon echt hart. Das war schon hart. Wie oft haben die das gemacht? Das haben die so zweimal die Woche gemacht. Zweimal die Woche? Ja, so manchmal einmal die Woche hatten die so ein bisschen. Die wussten eh, okay, die Jungs halten eh die Fresse, die sagen nichts. Dann lassen wir es mal heute. Aber sonst so zweimal die Woche. Aber am Anfang haben die das wahrscheinlich nicht gedacht, oder? Eigentlich nicht. Also ich weiß ja nicht. Also das ist schon kein normaler Gefängnis gewesen. Also da sitzen echt schon harte Leute so. Also da saßen nur Terroristen zum Beispiel. Und ich glaube, die sind das dran gewöhnt, dass da irgendwie die Leute nicht sagen. Aber wir sind ja Deutsche und uns können die ja zum Beispiel nicht die Hand abhaken oder so. Was die bei anderen Leuten gemacht haben. So ein alter Mann, der neben mir sitzt, der wird mal kurz rausgerufen. Sechs Stunden später kommt er wieder, der hat kein Bein mehr. Ja, ja, solche Sachen. Und das konnten wir zum Glück mit uns ja nicht machen, weil wir ja Deutsche sind. Gibt es trotzdem Momente, die du so rückblickend, wo du so drüber lachst oder wo du drüber lachen kannst? So aus der Zeit. Ich sage dir ganz ehrlich, ich kann über alles lachen. Wirklich. Wenn ich jetzt zurückblicke, ich kann nur noch darüber lachen. Okay, es ist nicht lustig, aber irgendwie lache ich darüber. Und ja, es ist einfach, wie gesagt, es ist echt nicht lustig, aber ich kann nur noch darüber lachen. Und es ist okay. Ich meine, wie ich auch, glaube ich, schon mal gesagt habe, mein Glaube ist einfach so, dass das, was mich getroffen hat, nicht verfehlen sollte. Und das, was mich verfehlt hat, nicht treffen sollte. Denn alles steht bei dem lieben Herrn geschrieben und so soll es dann auch passieren. Weißt du? Auf gut Deutsch, es kommt, wie es kommt. Ich bin Vollbluthassler, keine Ahnung. Gott hat mir das so mitgegeben, dass ich 24 Stunden irgendwie nach vorne kommen muss. So, das war seit klein auch so. Aber es ging in der Hälfte meines Lebens bis dato, in der ersten Hälfte ging es in die falsche Richtung, in die kriminelle Richtung. Und ich möchte an dieser Stelle an alle Jugendlichen da draußen sagen, die noch am Hasseln sind und keinen Weg rausfinden und denken oder kriminelle Sachen machen, um weiterzukommen. Auf langfristig bringt das nichts zu. Am Ende werdet ihr verlieren. Ich sage euch das, ich habe alles versucht und ich kenne Milliarden Leute, die auch alles versucht haben, auch groß geworden sind. Aber auf langfristig funktioniert das nicht ganz kurz an der Stelle so. Ihr bringt sehr viel Leid in euer Leben damit. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.